Sie haben ungebetene Gäste im Haus? Mäuse, die Schäden anrichten, Einrichtungen, Isolierungen und elektrische Kabel angreifen? Diese Nagetiere übertragen Keime, Viren und Bakterien. Sie schaden ihrer Gesundheit und stören das Wohlbefinden ihrer Familie. Sie wirken beängstigend, können erschrecken und rufen Ekel hervor. Swissino hat die Lösung. Die Mäusefalle No See No Touch Die Mäusefalle No See No Touch von Swissino löst ihr Mausproblem auf hygienische und effiziente Weise. Das patentierte System ermöglicht eine saubere Entfernung der Mäuseplage. Nicht sichtbar und ohne Hautkontakt wird das Tier gefangen. Einfach zu benutzen Entfernen Sie den Schutzfilm vom Naturköder. Drücken Sie den roten Hebel nach unten. Stellen Sie die Falle an die entsprechende Stelle. Am besten mit der Öffnung zur Wand positioniert. Ihre No See No Touch Falle ist einsatzbereit. Überprüfen Sie regelmäßig die Position des roten Hebels. Ist er nach oben gerichtet, hat die Falle zugeschnappt. Den Hebel nach unten drücken. So kann die Maus sauber und diskret ohne Kontakt entfernt werden. Einfach, effektiv und hygienisch. No See No Touch ist die perfekte Lösung. Mäuse werden gefangen und entfernt, ohne sie zu berühren oder zu sehen. Nehmen Sie jetzt eine Falle und lassen Sie sich von der erfolgreichen Suessino-Lösung überzeugen.